So und jetzt müssen wir hier Survival Training Ist das hier ein Höhlen-Eingang? Ne, das ist doch, das ist, ne, das ist kein Höhlen-Eingang So sieht eher aus wie, äh, äh Schweini! So, tut mir leid, aber du musst sterben Denn ich brauch für die Reise was zu essen Wir können natürlich auch nicht die ganze Schweinefamilie hier aussterben lassen, das geht auch nicht Die müssen wir irgendwann nochmal, äh, hier Die, für die müssen wir alle nochmal Ida-Ling-Accounts anlegen, äh, damit hier nochmal irgendwie So, ja, gut, reicht Da ist noch eins unter dem Baum War Ich muss nicht überrichtigen So, auf der Suche nach einer Höhle, ähm Hallo, tut mir leid Ist nichts Persönliches Ist rein geschäftlich So Und damit wir irgendwann auch nochmal die andere, die Eisenschaufel verwenden Nein Bitte nicht Boah, ey Ja Man muss nur höflich sein Dann stößt Minecraft auch manchmal nicht ab Wenn's gerade doch mal Lust dazu hat, Höflichkeit entgegenzunehmen Boah Boah, das war knapp Ich bin auch schon des öfteren ertrunken Wollte ich nur so sagen Auch wenn's Hm Scheiße, war das knapp Das war noch knapper als grad eben vorher Was begrüßen wir da hinten schon wieder für'n Fehler Ja Ja Wusste ich War doch klar Boah, aber es hat wenigstens Sinn gehabt Hat was gebracht So, hier Eine der selten 4 Meter Zuckerrohrstauden Nehmen wir mal mit Was ist Das will ich fassen Das lass ich hier stehen Ähm Das ist Zuckerrohr im Baum Äh, ja Und hier sind noch ein paar Schweine Die können wir einfach mal alle hier Ausrotten Ne Komm Die beiden lassen wir hier nochmal am Leben Warum nehme ich eigentlich Zuckerrohr mit? Ich wollte hier eine Höhle Äh, Höhle? Äh, Höhle? Eisen Ähm Ich wollte nur sicher gehen, dass hier nicht gleich ein Creeper von vorne kommt und Äh, uns beim Eisen abbauen hilft Äh Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da nun war er anscheinend so kommt schnell weg hier ich will mich mit den freundlichen ja da ist auch schon scheiße es aber wie bist du da hochklappt kommt du fällst hier unter jetzt ja du fällst da ganz schnell runter ein unter nein 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 bleibt da weg bleibst du weg jetzt haben wir noch ein zombie und er greift mich wahrscheinlich nicht weil ich schlauer bin so ist es hier eine so ja wir haben jetzt freie auswahl ich gehe erstmal hier rein noch mal freie auswahl so einmal ausleuchten so hier ist anscheinend nicht wirklich viel interessantes zu sehen verschwinden sie es gibt nichts zu sehen so machen wir uns noch ein paar fackeln so im dunkeln ist gar nicht gefährlich und ja die ¡Ach! warum habe ich eigentlich jetzt... wo es mir auffällt so hier... ne ach so äh... Höhle brauchen wir nicht die die Höhlen denn die mussten Irgendwie habe ich heute ein bisschen fech mit der Musik Ach doch, ah, nein, nein, nein Hier waren wir schon, ne? Warte mal, dann müssen wir doch Warum sind wir denn nicht hier rausgekommen, willst du mir, das kannst du mir jetzt doch nicht sagen Nein, bitte, hau ab, hau ab, verschwinde Toll So Moinsen, Endersen Anders, Andersen Render, Federsen Render, Federausnutzung, Sen So, machen wir mal folgendes hier, Grafikeinstellung, kommen wir jetzt wieder auf schnell Unter Kurbeln Ja Hallo Endermann, 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 komm doch mal hoch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch hoch, ne? So, weißt du was, der hat jetzt ein Problem Ja, toll Jetzt ist er nicht mehr unser Problem, aber Dafür haben wir ein anderes Problem, und zwar, bis wir nicht hier runter So, wir werden hier gleich runtergeschossen, dann sind wir unten, kannst aber wissen Ob wir wollen oder nicht, nein, nein, du schießt Du wirst nicht schießen So, die haben wir doch gerade aufgefangen, ne? Boah, ja Ja, genau, komm nur angescheißert So Komm, einfach Ne, erstmal, äh, sonst bringt das nämlich nichts Sonst haben wir nichts vom Einfachen Jetzt haben wir was vom Einfachen Ja Creepy ist weg, aber ist mir egal Du hast mir ganz recht Ja So, runter können wir hier aber immer noch nicht, oder? Oder? Ne Au Ja Genau, genau das wollte ich Nur etwas sanfter Hallo Achso Willkommen in der Höhle Na, toll Na, ganz große Klasse Auch hier Oh, hier ist noch Da müssen wir mitnehmen Alles So, weiße was Wir nehmen gleich den Weg nach unten Wenn wir das Eisen mitgenommen haben Ja, ähm Ja, ähm Ja, ähm Ja, ähm Also, wir müssen uns unsere Nahrung gut einteilen Ähm Boah, hier ist Survival Training Ge Parlament Ja bought Be 민주 Wie weit Ah 벌써 war los Wie weit Das war nicht das, was ich wollte... wollte. Klassik... äh... Sondern warum mich amal ich eigentlich so rum? Challenge accepted. Da ist es hell. Ja, hier ist Lava. Gut, ähm... Ich wollte mich nur vergewissern, dass ich hier nicht rein stürze. So instant. Was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Komm, füllen wir hier rein? Neh mal mit. So. Ist gar nicht gefährlich übrigens, ne? Besonders... Warte mal. Ah, da unten ist ne Seniorenparty. Da können wir doch gleich mal... Ach. Ja, Seniorenparty, da sieht man's. Nein, du schießt jetzt nicht. Sonst schlag ich zurück. Okay, ich mach's auch so, aber egal. So, Zombie, komm mal her. Michi! Komm mal her! Ja, komm mal her, 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 komm mal her. Dann... Ich glaub ja immer noch, dass wir auf dieser Reise... ...Diamant... ...Diamant... Hallo? Zischbung? Bitte nicht, Zischbung. Brot? Ach, da oben bist du, du Arsch! Brot verbrüllen. Macht natürlich Sinn. Ja, da muss man schon mal ein paar Prioritäten setzen. So, Eisen, 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 Eisen. Eisen, 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 Eisen. Das wird uns in den Tod schmeißen. Und ich kann echt, äh... jeden schönen Reim zerreißen. Ähm... er will ich die Höhle reisen es ist einfach nur wo kommst du ihn jetzt auf einmal her plötzlich? Du kommst aber schon von mir ist mir egal ich nehme es da bis da zu lieben egal was du sagst Challenge accepted wie gesagt Alter wie viel wie viel noch ahahahahaha ja ihr kennt meine Meinung Challenge accepted und jetzt fuck yeah jetzt ist es dunkel na toll hat auf jeden Fall super viel gebracht Hallo Homie Zombie sieht übrigens auch gar nicht brutal aus der junge Mann ich riecht ich wird 들어가 ich proverb Baby la hab sie es sie sie die